Jo Leute und damit Willkommen zurück zu Donkey Kong Country mit Flash mit Zerntuhus Käsefuhus Ah ich werd verkacken Oh ich werd verkacken weil's leckt Aber immer nur im Spiel auch ne Ja oh Er fasst Joey Kommen wir nicht erst den Reifen Ja Er war doch Du bist behindert Ach da Und auch nochmal Bild Ja Das geht nicht Weil du runter wirst Wo Oh Ich glaub sie hättest behalten das nicht auch nur noch Ich glaube auch aber Irgendwie krieg ich Das ist das Laune Er hat's geschah Jetzt Ah Ah Das ist gemein Wieso Ich hab noch einen richtigen Moment gesagt jetzt Wow Also stell dich mal nicht so an Ernsthaft Spiel Ernsthaft Übertreiben Du hast grad geschafft Den Regler Wo du drauf sprichst Zu übertreiben Und einfach einen Schaden hast Warum Was sei die Scheiße Werf doch einfach Feuer das Fass Bin zu weit gelaufen Ja 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 das sagen wir alle Halt die Fresse Nö 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 Also bei mir bin ich genau der CD noch im guten Bereich Also So ruhig Hier sieht man es nur Na Na Äffchen Was gut Na Affi 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 Ich hab's fast auch gedacht dass ich runterrutsche Hab du Alter Schwede Halt 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 Wer das level erfunden hat Ne Es behindert meinst du Nein Wie glitschig ist das Glitschig Ich dachte jetzt kommt noch so Nö Ja Jetzt geschafft Puh Jetzt geschafft Jawoll Koko Topo Safari Speichern Koko Dogo Aschenfari Spiechern 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 Ach danach kommt erst der Donkey Kong Genau Das ist aber auch schon haarscharf Ja Findest du Ist das dein ernst dass ich vorbeispringen Ich weiß auch nicht warum du springst um statt rein zu laufen das geht ja auch Keine Ahnung Weil ich normal aber so ordentlich nach hinten zurück aber Naja Ach Komm Ernsthaft Ganz ehrlich Ja Ach cool das level kenn ich auch also da war ich auch schon Es wurde nichts beschissenes erfunden in diesem spiel als unter wasser level Und auch für ganze zeit wunderbar sagen Ja da ist das ding was ich meinte was einfach folgt Spaß Viel Spaß und lass noch eins Nein Nein das ist nur ein der kommt immer nur neu Ja Kommt er Cool Ich hoffe so ne cool ist kann man sich eigentlich für paar Sekunden ausruhen Weißt du Yay Oh wie gescheiß ist das denn Oh wie geil ist das denn der Kommt direkt in den rein und sieht sie ihn aber vorher Ich dachte der kommt einfach nur so pixelig da drunter Naja Hallo ist gut mit dem Wupp 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 Du musst es aber schon mal gelernt haben dass das nicht so ist wie man denkt Naja Nein nicht da rein Das ist das eigentlich der geilsten Effekt da finde ich Ja Das rum drin in den Fässern unter wasser Wo ist er Ich hab noch nicht mal die Mitte Kann irgendwann mal ein save kommen Kann irgendwann 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 save kommen Hallo 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 Ganz ruhig Bronner Jetzt muss ich noch die Tasten kloppen mir oder was Ja Jetzt kann doch mal bitte ein save kommen oder Na Ach scheiß Hä Ne 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 das kann dir nicht passen Was Ah ehrlich Geil Ehrlich Ich glaub du bist wieder am Anfang Nein Wenn ich nicht Ah Was findest du Hm Ne Ich Ich krieg glaube ich am Anfang wieder irgendwo rum Aber wo kommt das Ding wieder irgendwo kommt es wieder Schon ist natürlich auch noch so lang wie hier Wo Na 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 Das ist Der Anfang Ah Tipps 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 wir haben das end schon erreicht aber trotzdem ja das ist mir verarscht verarscht das lang ist aber vorstellen dass ich das ja gerade in einem durch zu machen normalerweise haben wir immer verwendet sind das jetzt noch dass wir mal ganz schnell steht ja genau so wie ich mit einem durchzug nein das geht ja noch da weiter und ein da oben ist das speichern ja wo speichern hatte gespeichert alles klar okay bitteschön kein dankeschön ich auch nicht ja ich würde sagen definitiv daneben gesprungen aber wie ob er sagt jung hat geld nicht auch wie du spielst und da da ab ist da ab ihr solltet verbinden ich geh ja schon tschüss alter was für level namen ja nein in den papagei ojo geil lampen papagei die effektive szenen ist das hier beider 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 hober das was auch sch kommen runter Alter wie nervig wird das denn jetzt in dem fall darf man donkey nicht verlieren soll das denn jetzt hier sicherlich bestimmt aber das sind ja die fälle die kannst du leichter springen richtig aber unten sind die dinger gewesen ach komm ernsthaft ja ernsthaft es gibt doch ein level da verfolgen die doch ein oder nicht mazeltorf mazeltorf vor allem das soll ablenken und das direkt ins bild geht ja das lenk dann wirklich ab das so richtig schön blenden so gemein gemacht ich bin auch blendend ich glaube du hast das level nicht geschafft naja jetzt ist er ist das ender so am besten wenn er doch niemals umsonsten entfasst da warum ich glaube ich muss wenn er jeder ist und gehe ich springen ich muss ganz ehrlich sein es ist nervig mit dem licht und da ich sowieso hyperaktiv immer so hin und her deswegen lieben dann auf jeden fall hat das level was ja was gestört ist ehrlich was gestört oder nicht exit aus nein jawoll speichern speichern so geil so geil von 33 oder 35 36 37 was er ruhig mit jahren 30 werden wir leben verbraucht ich man richtig aber manchmal ein level ja 1 mal noch und dann durch mein speichern schluss für heute nahe meine süße ja da ist fliegen dachte schon mal gut da ist beim nächsten mal jetzt auf jeden fall so sein dass ich erst mal wieder ein paar leben holen wie sieht das level aus komm her also so ein helleren stil finde ich naja das ist weil es kalt ist ja das war gut ich weiß habe ich auch gemacht dann kann ich auch noch mal kurz machen naja du kannst auch noch probieren 15 minuten plus minus ja plus minus 1 2 das ist jetzt so das ist rille das ist rille zentus versüßt uns ja dass immer dass er schnell tot geht das ist ja nicht so schlimm ach sehr ruhig das hat er ja schon gelernt schnell zu sterben nachher zum maul um seinen mitspieler immer die chance zu geben du darfst wieder spielen nein wir wollen nur dich beim spielen zu gucken nein sicherlich tschüss was anderes hätte ich nicht erwartet von dir dass du jetzt gedacht hast ja das ist so wui wui warte Richtung wui um ein let's play zu verzögern macht man einfach ganz halt mit dem fass weiter nein überhaupt nicht wui na da brauchen acht bei nanschen wui und tschüss wui uui ich habne schaden sowieso ist das stimmt du wach 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 das leben gewonnen und sozusagen ich tue jetzt noch spaß na gut leute dann werden wir sagen bis nächstes mal bei dunkelkern country tschau tschüss